So und damit willkommen zurück zu Alien Trilogie. Wir starten den sechsten Level. Ja, das letzte Mal haben wir so ein bisschen ein Problem hier bekommen. Sind abgeschmiert, in einen Abgrund gestürzt und waren Dote. Und jetzt müssen wir wieder mal zehn Identity Tags einsammeln. Damit wir die Geschwindigkeit, den Grad der Infektion, wie passend, der Kolonisten bestimmen können. Oh, naja, ich muss das alles genau durchsuchen. Und die sind wahrscheinlich im Erleben und ich muss hier, naja, so ein bisschen die Eingebunkerten aus dem Nest finden, befreien, wie auch immer. Und da geht es direkt los, ohne weitere Umschweife. Nicht in meinen Aufzug, Junge. Okay. Ich habe jetzt nicht mal die Pumpgun ausgepackt. Das wäre eine Möglichkeit. Ach was. Moment, ist er gerade an der Decke gehangen? Kann das sein? Der Frechdachs. Identity Tag, okay. Aber so auf den Situat aufgesammelt. Also können die Vieh hier jetzt schon an der Decke latschen? Das ist ja höchst unangenehm. Anangenehm. Tür voraus. Nein. Wieso? Wieso nicht? Ach so, äh, Moment. Wir werfen einfach ein Bömbchen. Ah, natürlich. Jetzt sind wir genau vor der Tür, aber sie geht nicht auf. Okay. Offenbar. Naja, müssen wir nach woanders hin. Ähm. Ja, okay. Okay, okay. Schulterlampe. Ich glaube, die aktiviere ich mal, weil das ist relativ düster. Moment. Schulterlampe. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, ich habe sie aufgesammelt, aber es passiert nichts. Nichts, es ist immer noch düster. Oder können wir jetzt mit Licht hier rein? Schalter sehe ich ehrlich gesagt auch keine so richtig. Nur Rohr oder dergleichen. Äh, nö. Aber hier geht es auch wieder durch. Sehe ich gerade. Keine durchgezogene Linie, jede Wand. Wie bitte? Kill me, hat er gesagt, oder? Das könnte man ja auch noch aus... Aus Film und Fernsehen. Genau, das Vieh ist tatsächlich an der Decke. Hin, fort. Jetzt springen wir ins Gesicht, oder wie darf ich mir das vorstellen? Haben die dann doch Verabung? Ach, ne. Wahrscheinlich, weil ich die Lampe anhabe, ne? Ja, wenn ich dazu komme. Aber wie komme ich da rein? Ja. Ich würde so gerne heranzuken, aber irgendwie scheint es nicht so ganz zu funktionieren. Was ist das? Batterie. Batterie finde ich gut. Ich muss mal kicken. Äh, man könnte... Ich weiß nicht, ob man hier durch kann, oder nicht. Das sieht alles so ein bisschen löchrig aus, aber... Nach da unten auf jeden Fall, weil da müsste... Da dürfte keine Wand sein. Geht ihr auch nicht auf? Ah, doch. Sehr schön. Und direkt gibt es Kunsch... Ach, ich sehe gerade, wir haben fast... Fast 1000 Schuss. Okay, dann muss ich sagen, wissen wir, was wir zu tun haben. Jetzt darf mal die... Das Post-Royal ein bisschen rattern. Ach, nö, die Schu... Ach, das war es schon. Ich dachte, die haben jetzt für den kompletten Läfel... Die Schulterlampe, die ist... Das war ein kurzes Vergnügen. Okay. So, jetzt habe ich das Ding aufgesammelt. Kann ich jetzt anzoomen? Ah. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Feature, oder? Dass man das nicht nutzen kann. Es sei denn, hoffentlich Licht an. Door power up. Door power up. Jetzt gehen wahrscheinlich genau die beiden auf. Ja, jetzt muss ich ja durch den Schnodder latschen. 202 Hitpoints. Und noch ein fettes Schild. Kill me. Ich glaube, ein Weg. Aber das ist ja nicht, oder? Das sieht nämlich auch ein bisschen fertig aus, der Kollege. So, Door power up. Was war das? Kein Grafikspark. Ja, ich bin auf dem Weg. Ist doch das? Hilf mir. Äh. Oh, verdammt. Ja, ich habe so lange gebraucht. Ups. Ja. Tut mir leid. Identity Attack haben wir. Ähm. Ja, da hätte ich wohl ein bisschen schneller agieren und den Flammenwerfer einsetzen müssen, aber... Naja. Irgendwas ist ja immer... Ach, die G100. Verdammt, das hätte ich nicht einsammeln sollen. Granaten. Nehmen wir gerne. Die, äh, priorisiert offensichtlich auch. Nee, du dann nicht. Charge. Ach, das sind Unterlaufgranaten kann das sein. Genau, weil alles andere hat, äh, diese Charges. Und das benutzt Unterlaufgranaten. Und wir haben wieder 999 Schuss. Okay. Die ist jetzt aufgepowered. Genau, Door activated. Mal gucken. Okay, damit gucke ich hoch zu. Stille. Ja, das war für so ein Sprite. Ich hätte gedacht, äh, vielleicht haben sie es hinbekommen. Okay, hier muss man irgendwie durchkommen. Äh, aber ich würde sagen, wir benutzen lieber die Charges dafür. Genau, weil die... Okay, es ist ein bisschen langsamer. Ähm, Baby. No, Burn, Baby. Na, noch mehr. Das ist immer schneller. Und es fällt natürlich ein Identity-Tag raus. Also die... Hundemarken. Ähm, was ist das nochmal? Ähm, das heißt, michst. Charge. Grenades. Okay. Also ich glaube, die werden hier wirklich zugeworfen mit Munition. Kann das sein? Aha. Ihr habt die schon gesehen, Kollege. Das ging schnell. Da kann man garantiert auch rein, ja. Da muss ich halt immer so ein bisschen hin und her wechseln. Das ist in der Decke was. Was ist jetzt los? Grafik-Spacks auf einmal. Ah, stimmt. Ich habe einen anderen Renderer, mit dem ich das ran laufen lasse. Äh, ja. Äh, ich glaube, das muss ich dann gleich nochmal zurücksetzen. Aber es läuft ganz gut, muss ich sagen. Nicht so... Das andere war ja mal, sag ich mal, durchwachsen. Oder teilweise zumindest durchwachsen. Was soll dann geht's? So, die... ...vierten war das jetzt, oder? Nummer vier müsste das gewesen sein. Ich frage mich gerade. Oh, schick. Ei, ei, ei. Ähm, mal schauen. Sieht man nicht sie irgendwo? Mission. Wo steht denn, wie viel ich hab? Äh, ich brauch nur zehn Stück, yo. Aber wie viel ich hab, sieht man nicht, ne? Gut. Später, spätestens wenn wir sie haben, beziehungsweise höchstwahrscheinlich mitgeteilt werden. Jetzt mal schauen. Ähm. Also hier können wir, hier müssen wir sogar lang. Dann muss ich gerade nochmal zurücklatschen. Hier kann man offensichtlich auch nochmal rein. Oh, nicht doppelt. Das sollte den Trick machen. Ja. Okay. Feind. Krabbelner Feind. Ja, wo wohl... Wobei... Ich wo wohl... Ähm... Odol. Wie ist das hier? Achso, ich dachte, ich komm da nicht durch. Ähm, Armor brauchen wir nicht. Lebensergie brauchen wir nicht. Äh, was ist das? Ja, so ein Darm-Patch. Den nehmen wir mal mit, spaßhalber. Das ist ja ein bisschen auch. Was ist das nochmal? Ach, Identity Tag. Okay, also man muss die Secrets sozusagen finden. Beziehungsweise Secrets. Sind das hier eigentlich gar nicht. Denn... Wie wir im ersten Labor gesehen haben. Man, ähm... Muss die finden. Dann habe ich so eine Falle. Eine tödliche. Äh... Was genau wird von mir verlangt? Vielleicht auch wieder ein Granätchen. Ah, okay. Wenn im Zweifel... Handgranaten. Oder... Was auch immer das ist. Sieh mal... Ja, doch, wir benutzen... Würde ich sagen, weiterhin die... Ja, habe ich noch einen Weg. Verdammt. Oh, sehr gut. Granaten. Da habe ich euch so viele von... Wie läuft denn? 20 Granaten. Ähm... Fliegen die ballistisch? Ich weiß es gar nicht. Ja und nein. Ich gehe doch eh gleich runter. Was soll denn der Quatsch? Ja, und die Reichweite ist irgendwie auch so ein bisschen... Naja... Von allem er bis. Das sage ich runter. Dann gehe ich nach Südwesten. Wieder raus aus dem Ding. Und dann müsste ich eigentlich... Ähm... Fertig sein. Ja, so ist schön. Ja, wir... Fryen den Kollegen mal kurz. Und das wird auch platt gemacht, bevor was schlüpft. Bevor was Eier legt. Wobei das ja schon passiert. Burn, baby. Genau. So, guten Tag. Burn, baby. Burn, baby. Ich habe dann vorbeigelaufen. Oder wenn man draufläuft, sind das eine Art... Relativ offensichtliche Mielen. Burn, baby. Burn, kill me. Ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen sparen können. Indem ich da wirklich nur ein kurzes... Stößchen mal drauf gegeben hätte. Was ist das? Oh. Burn, baby. Aber... Da ist nichts für uns gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, sie schlüpfen tatsächlich. Die kleinen... Facehugger. Das finde ich ganz nett. Ein nettes Feature. Was mag das sein? So ein Clip ist das, ne? Okay, wir haben volle Munition. Flaythrow, Fuel. Ja, da können wir ein bisschen mehr von verlangen. Oh, war eine Tür. Das war natürlich besonders dumm. Ich meinte, erst mal gucken, habe ich da irgendwas liegen lassen in diesem... Ah nee, halt, da bin ich runtergesprungen. Ja, dann nicht. Dann weiß ich auch nicht. Okay. Fort. Shotgun. Shotgun. Ja. Shotgun. Ja, Shotgun ist einfach verlässlich, aber ich dann weiß, wie viel mal ich aufs Knöpfchen drücken muss. Auf den Abzug. Ah, ich verstehe. Ganz rechts müssen wir auf jeden Fall langen. Machen wir das Ganze so. Gehen wir erst mal äußerst rechts. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal läuft das so flüssig. Vielleicht liegt es wirklich an dem... Ja, an diesem anderen Renderer, mit dem das Ganze hier läuft. Ja, so ist es. Fast ein moderner Shooter. Steuerung ist damit so halbwegs okay. Battery required. Ich schätze mal, das gibt es in einem kleinen Räumchen. Oh, nicht schlecht. Der hat mich komplett ausgetrickst. Oder er sich... Ah, verdammt. Jetzt voll drauf. Oh, oh. Farbweg-Modus. Okay. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was verballert. Aber... Immer noch besser als ein bisschen Dote, ne? Weil das wollen wir nicht nochmal haben. Das heißt, das nächste Mal gucke ich ganz genau auf die Karte. Ob es da irgendwie... Nicht, was ist da die Karte? Ich gucke einfach mal, ob es da runter geht. Ob ich da lang muss. Oder ob es einfach nur so ein... ...so ein Sektor ist, aus dem es dann nicht mehr raus geht. Dann kann man sich ja eigentlich... ...denken. Ja, in diesem Eck versteckt der kleine Drecksack. Ich habe auch gesehen, dass die Version fürs... ...ja, für die... ...für die Karten-Sohlen... ...Grotten schlecht im Vergleich ist. Das hier kam auch, glaube ich, ein Jahr oder zwei später raus. Aber hat sich... ...ganz offensichtlich gelohnt, denn... ...das ist kein Vergleich. Wenn ihr da irgendwas findet, mal auf YouTube... ...könnt ihr mal Spaß dabei schauen. Der Panzer, habe ich noch da hinten... ...was ist das? Granate. Ja, komm, ich habe 19 Granaten. Was ist das? Ich lernte die Tag. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir es alle haben. Aber falls eins fehlt... ...finden wir es aber wahrscheinlich im letzten Raum. Irgendwo im Südosten. War da gerade einer im Eck? Nee, okay, das war die... ...die Nummer 6. Ähm... ...von rechts. Ja, das war es schon. Eigentlich müsste ich alles haben. Aber man kann es ja nicht überprüfen. Ich kann also nur beten, dass ich alle habe. Aber ich glaube... ...ich habe hier alle Secrets wohl gefunden. Nehme ich mal an, von daher... Halt, da habe ich eine Batterie gebraucht, ne? Door activated. Nur welche Tür ist das? Ach ja, das... ...das war dann wohl diese hier. Alles klar. Äh... ...Astralien würde ich mal sagen. Das war... ...die sechste Mappe, ne? Fast alles gekillt. Alle Secrets. Aber irgendwo habe ich ein... ...Identity-Tag liegen lassen. Verdammt. Naja, passiert. Dann... ...speichern wir das natürlich ab auf... ...Level 7. Und das nächste Mal sehen wir dann, wo es weitergeht. Äh... Irgendwann müssen noch die... ...Königin kommen. Wie war das nochmal? Das ist so ein ganz mieses Biest. Oder wie... ...Stock? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das könnte auch spannend werden. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es noch weitermache als das. Aber wir werden mal sehen. Momentan macht es Spaß. Und das bedeutet... ...eventuell spiele ich noch weiter als... ...nur die erste Königin. Danach muss man, glaube ich, die... ...die... ...neuen Bereich sehen. Aber das, wie gesagt... ...wird die Zukunft zeigen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... ...dial.